Wir erinnern uns zu Ehren unserer lieben Frau von Bergekramel, siebenter Tag. Maria, Mutter der schönen Liebe, sei gegrüßt, Mutter der schönen Liebe. In dir ist alle Gnade des Weges und der Wahrheit, in dir alle Hoffnung des Lebens und der Tugend. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebindeteit unter den Weibern und gebindeteitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, geflutet, ganze Menschheit, mit dem Gnadenwirken deiner Jesu Klammer, jetzt und in der Sturz des Stammens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebindeteit unter den Weibern und gebindeteitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklammer, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebindeteit unter den Weibern und gebindeteitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, und beflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklammer, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Fünf Minuten Stille in den Anliegen der Herren. Genau. Vielen Dank. 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 Amen. 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 Amen.